Es ist gesorgt. Oh, Scheiße. Ein Lauschi-Herr-Abend. Für alles ist gesorgt. Die Akku ist geladen. Der Rotwein schon entguckt. Die Sicher des Mondes. Müscht sich mit Kerzen nicht. Mein Telefon ist... Hey Siri. Erzähl mir... Was ist mit Alexa? Die tut so prüge, das macht die doch extra. Und in Wirklichkeit ist sie ne echte Sechser. Wer einfach schnell beschwert, dann Sechser. Es gibt nicht viele Reibe. Auf, Alexa! Herr Buf. Baf. Die Nacht umarmt uns. Die Kerzen sind längst aus. Ich hol mein Handy. Wir sind allein zu Hause. Marble-Casing-Titel. Knistert nicht nur das Vinyl. Ich habe hier alles. Was ich von mir will. Hey Siri. Google doch mal Sex mit Alexa. Und frag doch mal bitte meiner Ex klar. Dass sie für mich im Bett ne Glocke weckt war. Und lasst mir auch noch ein paar neue Tracks da. Von meinem alter Ego-Entspiel-Extra. Und war ins Urlaub diesem selben Hexer. Die hör ich dann gemeinsam mit Alexa. Das war unser lets forces fast. Dann wir noch ein paar. Und quais? Willst du kommen. Und wenn wir hier advers Gateway machen. Wie geht's dir Cristo? Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017